Ich muss ganz ehrlich sagen, es herrscht wirklich Disziplin am Set und alle sind wirklich konzentriert und fokussiert, aber sobald die Klappe durch ist oder wir in der Pause sind, ist alles wirklich ein bisschen, es hat so einen Klassenfahrt-Flair hier, weil sich alle gut verstehen und das ist echt nicht oft der Fall und das sage ich auch nicht, weil ich hier das sagen muss, sondern das sage ich wirklich aus freien Stücken, dass ich mit allen wirklich richtig gut zurechtkomme.